Na, das ist der Muskelturm, wie geht er? Zeit für ein paar Muskelübungen. What? Ja, ich habe die auseinandergenommen. Okay, ich bewege mich an den Spreaser. Ne. Wo geht das denn nicht? Stimmt. Dann noch mal. Weicht den aus. Oh, der geht in den Fall in die Weichteile. Er nicht. Nee. Lass mich mal Maximo Powder machen. Oh, scheiße. Nee. Oh, Mann. Weg bei dir. Oh. Oh, Mann. Wie geht's? Oh, Mann.